Mit ein paar einfachen Tricks kann man seinen Kunden schon die Kaufentscheidungen abnehmen, ohne dass sie es selber merken. Hier ist dein Oliver und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Einfachverkaufen. Ich bin wieder zurück aus den USA und habe die letzten Tage in einer meiner absoluten Lieblingsstädte, und zwar in New York, verbracht. Und ich gebe es zu, ja, auch da hat mich das Thema Verkaufen nicht so richtig losgelassen. Denn wie es in New York nun mal so ist, gibt es tausende Möglichkeiten einzukaufen, also shoppen zu gehen, sodass ich mir diese Gelegenheit natürlich auch nicht entgehen lassen habe. Und zwar war ich unter anderem im Macy's, welches immer noch das größte Einkaufszentrum der Welt ist, mit sage und schreibe 2,5 Millionen Quadratmeter Ladenfläche und eine ganz besondere Attraktion beherbergt, welche die Kunden automatisch mitnutzen. Und zwar hat dieses Einkaufszentrum die älteste Rolltreppe der Welt. Und die war in bestimmten Bereichen immer noch aus Holz, so wie früher. Und ich persönlich fand das absolut faszinierend, dass man solche Dinge versucht auch noch so lange wie möglich am Leben zu halten. Ja, der clevere Vorverkauf fängt hier auch schon an in diesem Einkaufszentrum. Denn beim Anschauen der Übersichtstafeln, also wo gibt es welche Artikel und wo man hin muss, sind die Tafeln so gestaltet, dass sie nach Themen sortiert sind und eben nicht nach Etagen. Das heißt, wenn man sich für Herrenbekleidung interessiert, gibt es die Kategorie Männer und darunter dann die jeweiligen Produkte, Hemden, vierter Stock, T-Shirts, zweiter Stock, Anzüge, fünfter Stock und so weiter und so weiter. Das heißt, man fängt als Kunde automatisch zu sich selbst an zu sagen, naja, wenn das jetzt alles so verteilt ist, dann lass uns doch mal ganz oben anfangen und wir gehen einfach von Etage zu Etage nach unten. So und damit schaffen die es clevererweise, dich in Etagen zu locken, die du sonst nicht besuchen würdest. Somit also die Möglichkeit besteht, mehr zu kaufen, weil du als Kunden auf einmal einen Artikel siehst, den du sonst nicht gesehen hättest, weil du eben nicht durch diese Etage gelaufen wärst. Auch die Rolltreppen und die allgemeinen Treppen sind an sich so platziert, dass du einmal komplett durch die Abteilung durchlaufen darfst, wenn du in eine andere Etage möchtest. Also auch hier gezwungenermaßen den Weg an Artikeln vorbei wählst, den du sonst nicht machen würdest. Man wusste also schon Anfang des 20. Jahrhunderts, wie man verkaufspsychologisch die Kunden dazu bewegt, mehr zu kaufen. Finde ich persönlich einfach genial. Und eine weitere geniale Idee, wie ich finde, ist uns bei einem Besuch in einem Café passiert. Ich kenne jetzt deine persönlichen Vorlieben nicht, jedoch ist es wohl mittlerweile voll trendy, den Kaffee nicht mehr heiß, sondern eiskalt wie ein Bier gezapft aus dem Hahn zu trinken. Und dazu gibt es dann verschiedene Toppings mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. So, bei den Temperaturen um die 40 Grad habe ich mich dann auch für die gekühlte Variante entschieden und das sogar unbewusst, denn die cleveren Verkäufer haben einen Vorverkauf mit uns gemacht. Beim Durchschauen der Karte haben die uns zwei verschiedene Toppings in kleinen Bechern gereicht. Wir sollen doch einfach mal probieren und sagen, welches Topping uns denn generell besser schmecken würde. Hier sind wir also psychologisch so beeinflusst worden, dass wir uns also unterbewusst durch die zwei Alternativen für diesen kalten Kaffee entschieden haben, der natürlich um ein vielfaches teurer ist als ein normaler Kaffee, weil es ja trendy momentan, also hier ein richtig guter Vorverkauf stattgefunden hat. Und dann sagt man den Amerikanern ja nach, also ich habe das nur mal so gehört, dass die auch gerne Süßigkeiten essen. Und wenn Süßigkeiten eine Rolle spielen, dann muss es natürlich für amerikanische Verhältnisse auch eine gigantische Präsentation sein. Ich nenne jetzt einfach mal das Produkt und zwar M&Ms. Die haben am Times Square einen eigenen Laden über drei Etagen mit hunderten, wenn nicht sogar tausenden Produkten zur Auswahl, die man sich natürlich auch ganz individuell zusammenstellen kann, den eigenen Namen auf die Verpackung drucken lassen kann, weil alles was personalisiert ist, ist natürlich auch attraktiver für den Kunden. Und eine ganz spannende Maschine, wie ich finde, stand unten mitten in der Verkaufsabteilung. Und zwar eine Maschine, die dich als Kundin scannt und dir sagt, welche Farbe dieser M&Ms am besten zu dir passt und in welchem Gefühlszustand du dich aktuell befindest und welches Produkt du jetzt deswegen unbedingt kaufen musst, damit es dir besser geht. Also ich habe das Ding nur Salesmaschine genannt, also Verkaufsmaschine, weil eine wirklich andere Aufgabe hat das Ding gar nicht. Da stehen also Kunden, Schlange, um sich scannen zu lassen, damit die Maschine herausfinden kann, welche Farbe am besten passt, was das emotional bedeutet und welches Produkt daher unbedingt zu empfehlen ist, damit es dir wieder besser geht. Also hier geht es nicht um den Verkauf von farbiger Schokolade, sondern hier wird mit Emotionen und Gefühlen auf eine clevere Art und Weise ein Vorverkauf gemacht, dass der Kunde nicht lange vor dem Regal überlegen muss, was könnte ich denn jetzt kaufen, sondern eine dem Anschein nach intelligente Maschine mir sagt, was ich zu kaufen habe, damit es mir wieder gut geht. Und unglaublich clever kann ich da nur sagen, weil so nimmt man dem Kunden eben die Kaufentscheidung von vornherein ab. Und jetzt frag dich zum Beginn dieser Woche mal, wie kannst du deine Kunden clever beeinflussen, eine Kaufentscheidung zu treffen? Welche Hilfsmittel könntest du als Verkäufer einsetzen, um regelmäßig mehr Umsatz zu machen? Wenn du wissen möchtest, wie das für deine Branche am besten funktionieren kann, dann lade ich dich wie immer herzlich dazu ein, Kontakt mit mir aufzunehmen. Alle Informationen dazu findest du wie immer in den Shownotes. Ja, jetzt wünsche ich dir einen cleveren Wochenstart und wir hören uns, wenn du wieder möchtest, in der nächsten Podcast-Folge wieder. Das war dein Oliver, bis dahin, mach's gut.